Heyo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Unboxing. Der Postbote hat mir heute Morgen eine Kiste in die Hand gedrückt. Wir haben die Loot Chest im Haus. So schaut so aus. Kiste ist noch vollkommen in Ordnung und nach einem kleinen Intro gucken wir mal was drin ist. Willkommen zurück. So jetzt gucken wir mal rein. Ich habe auch wieder, ihr kennt es mittlerweile, das Kneipchen dabei. Wir machen die Kiste auf. Sie ist noch völlig ungeöffnet und ich stelle die wieder neben mich auf den Boden. Und dann gucken wir mal was drin ist. Irgendwie heute ein komisches Format. Die geht über die Längsseite auf. So was blickt uns da an? Als allererstes haben wir hier das ist wohl ein Kaugummi. Cutten Bubblegum. Also ein Monster-Arsch. Schaut mal her. Monster-Arsch Kaugummi. Und wenn der wie Monster-Arsch schmeckt, war das das letzte Video. Schön. Ein, ja hoffentlich ist er nicht genauso haarig wie das Monster da vorne drauf. Wir werden sehen. Gut. Als nächstes haben wir einen Schlüsselanhänger und zwar zu Harry Potter. Es ist ein Warner Brothers, äh, äh, ein Warner Brothers, äh, Schlüsselanhänger. Also absolut lizenziert. Und es ist ein Schlüsselanhänger aus, ja, Gummi würde ich sagen, von Ravenclaw. Schaut her. So sieht er aus. Ist halt wie gesagt so ein Gummi-Anhänger. Gut. Schön. Artikel Nummer 2. Artikel Nummer 3. Ich nehme mal hier das Große raus. Ist ein, ein, ja, was ist das? Ein Kissen? Schaut mal her. Und zwar ist es ein Kissen zu Zelda. Legend of Zelda. Hier mit den Triangel-Motiven. Und auch dieses, äh, äh, Item ist natürlich, oh, es ist sogar ein Loot-Chest Exclusive, so wie es aussieht. Also extra für die Loot-Chest hergestellt. Und es ist ein, äh, offizielles Nintendo-Produkt. Ein kleines Kissen. Gut, mein Kopf passt nur zur Hälfte drauf. Wir legen es beiseite. So, was haben wir noch? Wir greifen mal hier nebendran und haben eine Marvel Avengers Age of Ultron Action-Figur von dem lieben Thor. Das ist eine kleine Action-Figur. Schaut mal her. So sieht sie aus. Die lasse ich aber jetzt auch eingepackt. Warum, erfahrt ihr später. So. Was haben wir noch? Ich greife das mal ganz unten in die Kiste. Und zwar haben wir hier einen Sonic the Hedgehog Print. Und zwar ist es ein Skizzenprint zum 25. Jubiläum von Sonic. So schaut er aus. Ein Skizzenprint von Sonic. Sonic ist jetzt nicht meins. Genauso wie es Zelda eigentlich auch nicht ist. Ähm, war da noch nie so der große Fan von. Aber es ist ein schönes Motiv. Gut. So, dann kommen wir schon zum letzten und das ist mein Jahres-Abo-Item. Das ist das T-Shirt. Es knistert mal ganz kurz. Und wir haben auf dem T-Shirt. Ich gucke es mir mal kurz an. Ein I survived the Simeon Flu Pandemic. And all I got was this damn dirty T-Shirt. Es ist ein T-Shirt zu dem neuen Planet der Affen Film. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und alles, was ich aus dem Krieg zwischen Menschen und Affen mitgenommen habe, ist dieses zerknitterte, aber ganz weiche, qualitativ sehr hochwertige T-Shirt von Planet der Affen. Gut. Das war mein Jahres-Abo-T-Shirt. Da ich ja die Plus-Box habe, also ich zahle ein bisschen mehr und kriege dann dafür auch ein Item mehr, ist noch eins drin. Und da gucken wir jetzt mal nach. Und ich bin schwerstens begeistert über die Art des Items. Allerdings muss ich sagen, ich bin nicht begeistert. Aber gut, da kann jetzt Loot-Chest nichts für. Über das Item speziell. Und zwar, es ist eine Q-Fig von Quantum Mechanics. Und es ist zu Marvel Avengers The Hulk. So schaut er aus. So hier an der Seite ist nochmal so ein kleines Comic von der Figur. Und hinten drauf ist er nochmal ganz. Ich lasse ihn auch eingepackt. Und ihr werdet hier jetzt irgendwo demnächst, wenn ich es nicht vergesse, ein Foto von dem Hulk ausgepackt zeigen. Weil ich habe ihn schon. Und ich sammle diese Q-Fig und deswegen ist der schon in meinem Besitz. Und ja, dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Weil ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Diesen Monat. Wir gucken aber nichtsdestotrotz mal ganz kurz in unser Loot-Book. Und da finden wir im September 17 Let's Loot. Auf den ersten zwei Seiten dasselbe wie immer. Epische Gaming und Geek-Beute. Ein bisschen Werbung für die Loot-Chest. Dann hier wie immer das Lucky Loot. Duell um den Loot. Hier unten ein bisschen Werbung. Fürs Pummeleinhorn wieder. Und für alles, was man beim Pummeleinhorn kauft, pflanzen die dann einen Baum dafür. Irgendwie war das so, glaube ich. Ja. Wir sind mittlerweile bei 494 Bäumen. Finde ich toll. Klasse. So, dann haben wir hier Featured Channel. Ist diesmal Rapunzel 3L. 3Z, 3L. Gut. Und der Featured Game ist... Ist... Ach nee, das Featured Game ist im Moment Hellblade. Hellblade habe ich mir ein paar Let's Plays so angeguckt. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Gut. So. Was haben wir noch? Das T-Shirt. I survived. Hat einen Marktpreis von 14,95. Das ist wie immer in der Loot-Chest völlig okay. Die Qualität ist auch wirklich top. Das Zelda-Kissen kostet im Geschäft 12,95. Ja, ich hätte es jetzt nicht gekauft. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Dann haben wir hier die Avengers-Sammelfigur, 9,95. Da hätte es auch noch ein paar andere gegeben. Unter anderem... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh... Iron Man, klar. Hulk. Den Cap. Und irgendwie noch ein Hulk. Hä? Okay. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Aber so gut kann man es nicht erkennen. Schaut mal. So. Dann haben wir den Harry Potter Schlüsselanhänger. Für... Hat einen Marktpreis von 4,95. Und der Beast Butt, der Monster-Arsch-Kaugummi, war eine Dreingabe. Die ist gratis. Das Plus-Item, die Hulk-Sammelfigur von Quantum Mechanics, die Q-Fig, hat einen Marktpreis von 12,95. Ist der Preis wahrscheinlich, äh... Als sie rauskam. Ich habe damals, als ich sie mir geholt habe, ein bisschen weniger bezahlt. Aber das ist jetzt auch nicht tragisch. So, dann gucken wir doch mal drüber. Ganz kurz. Ich bin nicht gut im Rechnen. Wir überfliegen das nun mal. 15 Euro T-Shirt, äh, 13 Euro Kissen sind 28. Äh, plus 5 sind 33 für den Schlüsselanhänger. Äh, 33, 33, 33, warst du schon? 33. Achso, die, äh... Jetzt muss ich gerade mal gucken. 33, achso, die, die Sammelfigur von Avengers habe ich noch vergessen. Sind 43 Euro. Ich habe für die Box 25 bezahlt. Geld haben wir schon wieder locker drin. Äh, und dann kommt noch die Q-Fig dazu mit 13 Euro. Also preislich Warenwert von der Box. Ist wieder mal super. Äh, kann man sich nicht beschweren. So, und jetzt, äh, kommen wir mal zu der kleinen Überraschung. Also das T-Shirt ist auf jeden Fall, äh, mein Jahresabo. Und das werde ich auch behalten. Alles andere aus der Kiste. Also, das Kissen von Zelda. Ich stelle nochmal Fotos rein dann dazu. Äh, die Action-Sammelfigur, der Schlüsselanhänger und die Q-Fig gehen diesmal, also so gut wie die komplette Box, äh, von Luchest in eine Verlosung bei mir. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist meinen Channel abonnieren und mir unten in die Kommentare reinschreiben, warum ihr welches Item haben wollt. Ich verlose die Items einzeln. Äh, ihr müsst mir einfach nur schreiben, welches ihr gern hättet und warum ausgerechnet ihr es bekommen solltet. Ähm, ich suche mir dann einen jeweils pro Item davon raus und melde mich dann bei euch und, äh, dann schicke ich euch das zu. Das war die Luchest für den Monat, äh, September. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Items haben euch gefallen. Es war eine tolle Box, wie immer. Schade halt, dass ich, äh, so wenig davon, äh, benutzen, gebrauchen kann. Aber das ist halt nicht jeden Monat so. Ja, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Und ich sag, tschö mit Ö. Schade halt, das ist auch ein schönen Abend. O-M-M-M-M-M-M-M-M-M, Untertitelung des ZDF, 2020